ja leute es ist so weit die einkaufstour wird hin und diesmal ist das pyrolinchen gleich mit jetzt geht's los viele das lindchen ist schon ganz gierig guck mal der christ hier ist das gesicht hatte der ist schon wieder wütend er steht schon wieder da hinten frühmorgens halb sieben ja bist schon heiß oder was ja da wollen wir mal schnell umsatteln das auto sexy geschmückt freust du dich schon ja diesmal machen wir die tour zu dritt richtig geil das lindchen hat er noch was schönes so klassischer startshows wie ihr wisst immer genüsslich einkaufstour start ja leute auf zum nidl erste zeschen das muss drücken ja drücken muss das ja sehr schön das muss drücken ja man ja 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 das muss drücken ja 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 das war die ich warte ja 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 das waren wir doch was wir schon rolli mitgebracht oder was da passen mehr raketen so viel nämlich hoch geht es unter fußball zählen die haben sie weg und raus muss kommen wir wieder neue neue aber die große ist einfach immer weg und die zwei batterien wenn sie anzünden geht die an plötzlich geht der vf in der gesicht an aber mit zwei batterien nur weg also es ist nicht nur eine spielstück versetzt hat die firma nicht so sehr gut geschlägt ja haben sie ja gesagt das kann man eben schnittig dj ist alles gut ja das ist ja gut Ich muss da gucken, wo die links ist. 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 Ja, so, unsere Ausbeute beim Needle. Mal eine Uranus, mal nach Langem wieder. Stormy Flash. Den Goldfinger habe ich mir mal gegönnt. Sieht ganz gut aus. So, Beastmaster ist immer mit dabei. Nochmal eine Stormy Flash. Und zweimal die Daredevil. Ja, voilà. Schön. Und Linchen für den Flory. Schönes Tischbombenrohr. Für Linchen auch hier schönes Tischbombenrohr. Und natürlich, was nicht fehlen darf. Bonbonknallerts und so. Schön. Da freust du dich doch. Ja. Du hast alles noch gekriegt. Ja, das haben wir jetzt. Hör aus auf meinen Einhorn-Puppsauce. Ja, den kriegen wir auch noch. Da trugen wir uns ja her gleich. Schnaschi, schnaschi. So, das war Lidl. Jetzt geht's ab zum Aldi. Ja. Filet. So Leute, jetzt sind wir angekommen. Aldi. Was war das? So Leute, Aldi. Filet. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask I don't want you back. I don't want you back. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann nochmal. Bis zum nächsten Mal. 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 Tonight, we all more alone Dream Machine, a racing queen You make my heart, I lead You make my heart, I lead Dream Machine, a racing queen You make my heart, I lead You make my heart, I lead Forever on the highway Dream Machine, a racing queen Dream Machine, a racing queen You make my heart, I lead You make my heart, I lead So, unser Ausbeute Ups, abfaller Netto, schwarzer Hund Schöne Einhornfonteine von Nico Feuerwerk Zweimal das Ganze Denn hier auch nochmal Unicorn-Impressionen von Nico Ja, natürlich Bonbon-Knallerts für das Lienchen, ne? Ja, bisschen Bleigießen gehört auch mit dazu, ne? So, und schön das, ne? Ja, sieht schon ganz gut aus, der Kofferraum, ne? Ja, auch Das gefällt dich doch, ne? Ja So, weiter geht's zum Norma So, jetzt sind wir angekommen beim Norma, den gehen wir da mal schön schnechen, was da drin ist Das muss drücken Mehr Druck Mastagi Oh, 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 oh. Oh, dream machine, racing queen, I'll take you wherever you want to go. Let's throw this down, break the speed of sound, tonight, we all know the wrong way. Dream machine, racing queen, you make my heart, I see you make my heart, I mean. Dream machine, racing queen, you make my heart, I see 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kleine Pyro-Liedchen hat so ein mega Partypack hier, das ist ja für die Kleinen, eine Liedchen? Darüber freust du dich ja. Ja und Chris Thiers hat hier, was hast du da? Flugwasser, Quecklingwelle und nochmal eine Unicorn-Fontäne. Genau. Ja, sehr schön. Da ist die Sammlung vorständig, wie ich meine. Kann man sich nicht mal reinkloppen, ne? Auf jeden Seite. Was macht er? Du hast einen Super-Bugel. Die Petschmann-Rechner für die Filme. Für alles war es hier genau, ja? Ich hoffe, dass ich das Party schmeiße. ja so leute jetzt werden wir mal abdampfen zum kaufladen mal gucken was da so schönes gibt kaufland angekommen ja Hilfe! Hilfe! Ich schaue meine Zahn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017